So, weg ist er. Erfolgreich ist die Fortnite, ist weg. Weg ist er! Halt's auf! Hä, als jetzt ernsthaft? Lid. Niiiice! Niiiice, als ob! Was? Nein, oder? Remis hast du aufgenommen? Ja. Halbes Slideab live gebannt. Halbes Slideab gegen Gosu gebannt. Das ist doch der ganze Clan von Aron Snape und Crane und... Das ist Mnesty. Ja, Mnesty. Ja, das ist Mnesty. Also... Der Noah ist nicht so gut. Wie die mit Saka-Account reingeggt haben. Andere Seiten? Ja, die sind von... Andere Seiten nochmal? Ja. Ja, halt wohl. 28 mussten reichen. Ha! 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 Tro om tão! Looll. Der ist noch nicht mal gesprungen. Ja, das ging glaube ich schon, das ging schon. Ich baue das doch nicht zu! Äh? Ja, warum? Was tun? Er ist im Web und ich hab ihm 4,5 hits gegeben. Alles klar. Ja, ich geh unter, ich kann dir nichts machen, ich hab ihn nicht safe gebaut. Äh? Was? Äh? Wie soll ich denn, hä? Was? 2 down. Hä? Geh hoch! Bow down! Bow down! Bow down! Bow down! Bow down! Ja, ich hatte 0 Selfie ohne Bauch auch ganz oben! Ja, geh hoch! All down, man! Digga, geh doch nicht komplett runter! Bau dich ein! Was ist mit dir los, Alter? Bruder, mach mit der MLG! Was ist mit dir denn los, Mann? Ja, ganz wichtig! Jeder macht Fehler! Die bauen unten schon in die Mitte, Leo trifft zu dem... Äh, hat gefällt! Was? Ein Fiat! Ein Fiat! Was? Das ist mit dir! Das war knapp! Das war knapp! Das war knapp! Das war knapp! Ich muss den Mockerzweck! Hast du den grad geschrieben? Genatszweck! Oh! Oh, das ist ja! Ja! Ersweck! Genatszweck! Ersweck! Ja, ja! Ersweck! Xalber! Es ist ja im Prinzip ein Schuldeingeständnis, oder?! Ja, schon! Wie schreibt man Schuldeingeständnis, ich lass es? Ein E ST在 âsm», oder? Ne, warte mal kurz. Ja doch doch doch. Doch doch. Unten so die Kuh. Ja, aber doch. Ey, die können halt schon EP machen, ne? Und Delos ist so'n Python 2.0 oder so'n Hurensohn. Also jetzt können sie defin... Ne, ach, das ist einer von euch. Juuuuhhhh. So, weg ist er. Erfolgreich ist die Fortnite. Weg ist er! Ich glaub da wurde jemand gebrannt. Aber das war auch obvious. Ich hab mich grad so dumm angestellt, ich hätt das Bett safe haben müssen. Aber das war wie geil. Wie geil. Nice, ich hab Coins bekommen. Ich auch. Ich nicht. Ich hätt's mal sagen müssen. Hallo. Wie zu bekommen? Äh, keine Ahnung, 50 oder so. Ja, 160 bekommen. Zane, du kennst doch ET, oder? Ja. Äh, ET? Ja. Ah, der wurde grad gebannt gegen uns. Der wurde grad live gegen uns gebannt. Wieso? Ja, weil er gelegt hat. Ja, weil er geguckt, wer es reingeggt hat. Er war so ein Hexer. Absolut offensichtlich. Was ist das erste Schicht? Ja, der Worn jetzt so krass ist. Hatte sich grad tanken gespielt lassen. Ey, ist es äh, Sakuno? Was bin ich gekommen? 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 Ich bin grad von meinem Vater wieder gekommen. Ja, Pat, bist du da? Ja, komm mal klar. Pat? Ja. Was ist das erste Schicht? Achso, äh, so. 10, oder 10. Oh, da waren Blöcke, wo ich gemacht hab. Ohne Grund. Ahja. 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 Vor allem direkt der Monster, das war so lustig. Gegen Leo. Ahja. 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 Einer schreibt zum Genazte, wollt ihr mal die Wachse heben? Ahja. Also eigentlich kann man schon die Stelle vor mir nehmen. Weil ich konnte ihn nicht hitten und er konnte mich hitten. Und er hatte High-Round. Achso. Ich hab ihn reported. Das kann ich sogar screenshotten. Krassaboy. Hat irgendwer von euch noch... Ah, jetzt hab ich nicht genug Blöcke, Alter. Hat irgendwer von euch noch Labymod 3.0 Key oder so? Nee. Welche Coins hast du bekommen im Patch? 160. Ich hab 85 nur, hä? Ich hab 50! 100 bekommen. Ja, desto mehr falsche Reports machst, desto weniger bist du. Also, desto höher die Quote ist, desto mehr bekommst du. Also ich hab 1,8 Millionen. Ich hab 1,5. Ich hab 1,5. Ja, 1,1. Remis hast du aufgenommen? Ja Halbes Line-Up live gebannt Halbes Line-Up gegen Gosu gebannt Domme, edde mich, Domme Halt die Hörung Erlaubt nicht, wir haben die Hörung gemacht Ah, Mann, ich hab noch irgendwas geschrieben mit werden Alter Ersten Wir haben auch schnell auf die Tastatur irgendwie eingehauen Ich hab noch viel zu sagen Aber ich kann nichts sagen Aber ich will dann aber oft